Hach, was für ein schöner Tag! Und diese Karotte schmeckt so gut! Was hat Flecky denn da? Oh Flecky, lass mich mal an die Karotte! Mein Bruder wird die Karotte nicht kriegen! Oh nein, nicht schon wieder! Einfach cool und sitzen bleiben! Hey Flecky, gib mir jetzt die Karotte! Du bist so gemein! Mh, lecker! Ha, das kann ich auch möchen! Oh, die nervt! Mh, du wirst deine blöde Karotte nie kriegen! Mh, lecker, lecker! Aua, Mölschchen! Aua, Mölschchen! Aua, Mölschchen! Weg da! Ich will die Karotte! Ach, naja, gut, dann nehme ich halt einen Apfel. Oder soll ich doch nochmal? Nee, ich bin zu faul. Ha, endlich habe ich meine Ruhe. Und diese Karotte schmeckt so gut. So, den Rest esse ich später. Ich gehe jetzt erstmal ins Hochbeet. Hihi. So, ihr Lieben, das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, obwohl es heute ein kleines bisschen kürzer war als sonst. Und, dass ihr es nicht zu ernst genommen habt. In letzter Zeit streiten sich die Kaninchen irgendwie öfter mal ums Futter. Natürlich sind es keine schlimmen Streitereien, aber es ist halt einfach immer lustig, sich das anzuschauen. Und ich wollte einfach mal ein eigenständiges Video darüber drehen. Deshalb ist das heute gekommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr darüber lachen konntet. Und ich freue mich auch über eine positive Bewertung oder einfach über ein Abo. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020